So, wunderbar. Servus, grüß euch. Ja, ich habe Post bekommen, kleines Becken Fan-Post vom Robin aus dem Wald, beziehungsweise vom Simon aus dem Wald, vom Kletterwald Wetzlar. Große Klasse schon mal, dafür, dass ich überhaupt was bekomme. Freut mich tierisch. Ja, ich würde sagen, guckt mal einfach mal rein ins Paket. Fangen wir von der Unterseite an, oder? Wie heißt so schön bei euch das Motto? Erlebe das Abenteuer, wenn ich mich richtig ersinne. Und natürlich machen wir das hier Bosch. Professionalmäßig auf. Das ist ein geiles Teil. Toller Brieföffner. So, was haben wir denn hier? Da haben wir Post. Ja, das nenne ich mal Brief. Jawohl, lieber Konzern, vielen Dank für die Sticker und Hinweis, wo ich herkomme. Ja, bitte, gerne. Also, Simon und Robin, warum nicht? Das ist ja kein Geheimnis. Ja, hat mir natürlich auch super gefallen, dass ich euch kennenlernen durfte. So ist nicht. Und auch euch vielen Dank für die Einladung nochmals vom Sommer fürs Vollmondklettern, das wirklich eine klasse Aktion ist. Also, für alle Leute, die nachts aktiv sind und sich auch sportlich bewegen. Kletterwald Wetzlar, Vollmondklettern 2018. Wenn ihr wollt, macht einen Termin mit mir aus und treffen sich dort. Ja, Berlin war klasse. Woodworking Community. Hashtag Kletterwald Wetzlar. Hashtag erlebe das Abenteuer. Ja, hatte ich es doch richtig. Wunderbar. Ja, jetzt gucken wir, was ist drin? Was haben sie mir denn geschickt? Schaumstoff euch stehen. Oh, das wird der Knaller. Jetzt kann ich auch ganz viel Briefe zurückschreiben. Kletterwald Wetzlar. Kugelschreiber. In sämtlichen Farben. Da frage ich einen eigenen Kugelschreiberhalter. Die nächste Idee. So, was ist das hier? Das war's, okay. Jetzt schon was ist das. Oh, ja. Sehr geil. Eine Original Kletterwald Wetzlar. Erlebe das Abenteuer. Kaffeetasse oder Teetasse oder Tasse halt einfach. Ha, super. Mega. Vielen, vielen Dank. Habe ich die richtige Verwendung gleich dafür? Fangen wir doch mal gleich an hier. Was nehmen wir denn? Natürlich hier. Großer Kaffee. Action. Ja. Währenddessen der Kaffee durchläuft. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören bei dem Lärm. Sag ich nochmal vielen, vielen Dank. Simon und Robin. Und ich lasse mir den Kaffee auf jeden Fall jetzt gleich schmecken. Und ich wünsche euch was. Und ich überlege mir für euch auch noch was. Ciao. Euer Konstantin. Ja. Ja. Ciao.